Hallo zusammen, ich hatte Besuch von einem Älpler, also einer der mit den Kühen auf die Alp fährt und hat diesen Picobello Absorber Kühlschrank von Tedford angeschleift. Er will den zum laufen bringen, den hätte er gratis gekriegt. Okay, er will damit auf die Alp fahren und das sind dann etwa fünf Monate, die da oben ist und da braucht er einen Kühlschrank und der hat immerhin einen Tiefkühler und das wäre das, was er braucht. Jetzt bräuchte er aber irgendwie einen Anschluss dazu auf die Flasche. Ja, was er für eine Flasche hat, so eine Standard 10,5, 11 Kilo Flasche. Aber der Kühlschrank, der braucht ja sagenhaft Gas. Da schauen wir hier auf dem Tippenschild an und dieser Tedford, der braucht 30,6 Gramm pro Stunde. Wir können jetzt sagen, der braucht 30 Gramm pro Stunde, weil er läuft ja 24 Stunden, dann sind das 720 Gramm pro Tag, mal 30 Tage, so viel ab dem Monat, dann sind das 21 Kilo, nicht genau, aber etwa und das mal fünf Monate sind dann über 100 Kilo Gas, die er braucht da oben. 10 Kilo Flasche, die kostet jetzt bei uns, wenn die tauscht, kostet die ja sagenhaft 50 Franken, also 100 Kilo durch 10 sind dann 500 Franken, die er hier Gaskosten hat. Den Kühlschrank, den hat er auch gratis bekommen, der funktioniert zwar nicht, aber das ist ein anderes Thema, weil die Steuerung kaputt ist. Dann habe ich gesagt, was willst du? Wirst du zum Beispiel, du sagst, du brauchst ein bisschen Tiefkühlung, da hätte ich so eine Kühlbox, Kühlung, Tiefkühlung. Ja gut, die kostet mehr als die 500 Franken Gas. Ob er dann an den Stall hinfahren? Nein. Nein, das ist noch eineinhalb Stunden zum Laufen. Ja, aber nicht mit dem Gas. Ja gut, das wird hoch geflogen, mit dem Helikopter. Ja und wer zahlt das? Ja, das zahlt die Berghilfe. Das ist kein Thema, die fliegen gratis. Also über eine CO2-Bilanz müssen wir jetzt nicht diskutieren, wenn Gas in die Berge geflogen wird. Gut, die Berghilfe zahlt das. Klar, wenn ich jetzt diesen Box hier nehme und ich habe die hier drin, dann brauche ich eine Batterie, einen Laderegler, zwei Solarpanel und noch einen Wechselrichter, dann könnte ich die Kaffeemaschine betreiben, was er hier ja gar nicht betreiben kann. Sowas kostet 3000 Schweizer Franken, sagt er. Ja, da muss ich sechs Jahre auf die Alp. Ja, klar. Weil die Berghilfe zahlt ja nicht. Doch, doch, die Berghilfe zahlt jetzt. Was die Berghilfe zahlt? Ja, die haben jetzt ein Förderprogramm, dass DAT-Solaranlagen bezahlt werden. Ja, gut. Hier hast du das Angebot, diese Kühlbox 950. Dann habe ich hier eine 100 Ampere Lithium-Batterie. Die hält für drei Tage schlecht Wetter. Die kostet auch noch mal 600. Dann habe ich so einen Solarregler, was du brauchst. Und ich habe zwei, also ich habe jetzt hier nur eins, zwei solche Solarpanel. Dann sind wir irgendwo noch mit einem kleinen Wechselrichter für eine Kaffeemaschine oder sonst irgendwas. Und irgendwie noch so eine Lampe dazu. Pauschal irgendwo bei 3000 Franken. Ja, die Berghilfe, die zahlt erst Projekte ab 10.000 Franken. Investitionskosten. Er hält nicht so viel Geld. Okay. Und die Berghilfe fliegt ja gratis das Gas hoch. Und er muss jetzt halt schauen, ob er hier irgendwo einen anderen Absorberkühlschrank kriegt. Dann sage ich, ja, wir können auch eine kleinere Box nehmen. Eine einfache Kühlbox, dann sind wir bei 2000 Franken. Habe ich keinen Wechselrichter, aber für eine Kühlbox, eine Batterie, zwei Solarpanel und du bist ja handwerklich geschickt, dann kannst du das Ding selber bei dir an die Fassade machen, ein bisschen schräg, Winkel dazu sagen. Das ist kein Thema. Gut. Ja, aber die 2000 Franken sind mir zu viel. Okay. Jetzt bin ich hier auf der Homepage von der Schweizerischen Berghilfe. Und die haben ein Solarprogramm. Das ist schon richtig. Und das wird hier 50% der Investitionskosten werden bezahlt. Voraussetzungen ist mindestens 10.000 Franken. Ja, jetzt waren wir hier auf der Homepage. Ihr seht, 10.000 Franken ist zu hoch für diese Investition. Nun, so wird der Bauer jetzt einen Absorberkühlschrank suchen, irgendwie einen gebrauchten Außenwohnmobil oder sowas und 100 Kilo Gas verheizen, die mit dem Helikopter hochgeflogen werden und natürlich die leeren Flaschen wieder runter. Gut, wenn er hochfliegt, kann er gleich wieder runterfliegen. Ja, das soll es gewesen sein. Hierfür linke ich euch eine andere Solaranlage und ich wünsche euch einen schönen Tag.